du 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 ich gehe im Kreis herum 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 okay ich gehe in den Berg Gregg live griechische Klippe zu Deutschen aha ich gehe erst für diesen Geheimen okay geht nicht da geht einfach nichts wow fiese Höhle okay ich werde hier Schluss machen es war wieder ein aufregender und spannender Part wir haben ein bisschen von der Oberwelt kennengelernt und ich hoffe ich habe nicht überzogen Grinze tschüss verdammte Axt ich habe tatsächlich überzogen na egal sonst nicht weiter stören warum gehe ich jetzt raus na egal sollte uns nicht weiter stören wir gehen hier einfach in die Höhle wow wow der ist ja der sieht ja auch cool aus cool Golem wow der hat eine fette Angriffsrange der erinnert mich an die Typen die mit Rüstung und den Schwerder die konnten mich ja genauso gut aufspießen und ordentlich Geld hat auch noch dabei ein Vogel ein Vogel was macht ein Vogel in der Höhle der ist ja fies der schießt mit Sachen ist ja gemein da muss man ja richtig aufpassen aber was macht ein Vogel in der Höhle ich meine die Golems nachvollziehbar logisch ja ach du bist hier so schon eingeengt ja 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 jetzt habe ich ihn ja schön 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 ach ja ach ja die Golems nachvollziehbar kann man ja gar nicht klopfen Schöpf-Ching jawohl schön oh verdammt oh der war beinahe getrunken ja flieh rückzug hehehe ein Glück bin ich schneller als dieser alarme Haufen Stein oh Apropos Stein nochmal oh da liegt doch was vor hab ich gar nicht gesehen ja was der Felsbrocken erweckt er wacht zum Leben oh verdammt hey der Stein schützt mich ja oh nein okay das war eine Fehlvermutung doch er kommt doch nicht weiter aber irgendwie hat er mich auch wieder nicht geschützt toll oh wir sind wieder draußen hey Sackgasse ähm hoch ich gehe hoch ich gehe einfach mal hoch aber wenn man zwei hängen hoffentlich bin ich jetzt hier oben nicht richtig sondern oh perfekt perfekt mit Ruhe Perderheld Kraft Elixier hm was auch immer das sein möge ich will es nicht ausprobieren ich hab keine Lust mehr das schnell durchzulesen ich will einfach zocken ich will Gegner töten wow fiese Steinwesen oh hey der ist unverhundbar das selbe Geräusch wie diese Mannpächter wisst ihr was das heißt springen was oh cool mit der Artikel kann ich ihn besiegen alles klar was was oh nein wo ist er wo ist er da ist er was sehr schön oh noch so viel noch so ein viel ah aua aua ich hab mir voll wehgetan was für wehgetan tot schön ein Sprunggegner ja immer viele Variationen gibt es nicht wenn der so unverhundbar ist dann muss man den halt anspringen oh er ist mir zuvor gekommen sehr fies ja schön bam 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 aua aua oh scheiße oh fies ich hab geblockt fiesling du meiner du gefühlsloser Stein er hat wahrscheinlich auch noch ein Herz aus Stein das wäre nicht mehr gelogen Wassertreffer versingen hey geht mal lieber oh 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 mein Wasser ist böse dann können die mich ja ohne Probleme angreifen ah nein 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 hoch flieh vor dem Vogel er lässt sich ja hier scheiße an oh noch so ein Vogel oh die lasst mich hier oh da geht's weiter die lasst mich hier echt schlecht angreifen hab sie die Tore da unten gesehen da unten war ne Tore wie komm ich da hin egal bam ähm elf kritisch sieben oh nassa 14 tot jawoll jawoll boah grabons grobaster löst ein Beben aus grobaster ne geoblaster löst ein geoblaster Pat ist paralysiert bam 10 hält er bloß aus cool er sah so dick aus er sah so übermächtig monstermäßig aus vierten Weg lang gut 10 18 18 14 dauernd schön um ein guter hin aber noch was denn los die Tüte die Tüte die Tüte richtig gesehen schön was ist denn hier was ist denn hier los auch wie die rei die die tieren mich auch richtig schaden das ist gemein scheiße habe ich bereits ausgedehnt stimmt auch nicht immer wieder wir brauchen blöd dann hier so gemacht hast 28 erlebt noch und jetzt jetzt habe ich einfach noch einen Punkt geheilt mit so einer super knolle Armand Fluch und Segen zugleich so eine Tastenbelegung verdammt okay hier komme ich nicht weiter hier brauche ich vielleicht irgendein Item oder so oder was auch immer egal ich werde hier erstmal Schluss machen hoffe dass ich nicht schon wieder überzogen habe